Herzlich Willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wo du Hakim Hasan in Assassin's Creed Mirage finden kannst. Und dadurch wird es dir dann auch letzten Endes möglich sein, die Finde den Vermissten Bruder Quest fortzuführen. Und mit diesen Worten lasse ich das Video jetzt kommentarlos weiterlaufen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß bei der Suche nach Hasan. Oh, Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Zeichen des Ordens. Damit wäre wohl bewiesen, dass Hassan zu ihm gehört. Ich habe hier einige Gelehrte mit Verbrennungen. Einige Gelehrte aus dem Haus der Weisheit haben sich beim Versuch, die Bücher zu retten, verbrannt. Wir brauchen dieses Zimmer. Nein, das ist Hakim Hassans Privatlabor. Es ist verschlossen. Niemand darf hinein. Also sollen wir die Verletzten einfach draußen lassen? Antwortet mir mal jemand? Bitte, senke deine Stimme. Du beunruhigst die Kranken. Hakim Hassan hält sein Labor verschlossen. Was ist das? Was ist das? Ich bin sehr gut da. Mit meinen Methoden ist gar nichts verkehrt. Nur der Mechanist... Der Arzt ist tot. Dann suche ich mal nach Mahd und löse dieses blutige Rätsel auf. Er muss einen neuen Falten für den... Wie? Ich sah die Zunge ins Wunderschaftshaus.